Hallo und willkommen zurück bei Star Wars Dark Forces Mitte im A-Kämmer In der Käse rutscht ja klar was wir machen müssen Außer eventuell hier runter Ich weiss ja eigentlich nicht ob das gesund ist Hm, scheint nicht ungesund Hier aufgucken ob das irgendwie richtig war oder ob man da irgendwie Wo, 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 wo Wo, wo, wo War das dann richtig? Uh, ja, ja, ja So Hm, 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 hm Oh, doch hier Oh ja, das sieht sie ja richtig aus For freedom Ach, das sieht man auch schausten Aber das ist sehr schön Ähm Okay Wo Mal jetzt so ein bisschen so Ding zu gewandt Ah, ach soo Oh, ja, das war nur der Rückweg Deshalb So, und dann müssen wir das bestimmt hier hin, oder? Oh ja Das sieht gut aus Ich habe wieso mal das in der letzten Folge nicht hingekriegt Ich hätte mal keine hier direkte Karten Aber das wäre viel besser gewesen So, passt doch Oh, 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 oh Oh, oh, whoa, oh, ihr schiesst hier auf uns Verdammte Axt Das gefällt mir gar nicht Oh, Hawaii War das richtig? ich hab keinen plan ja so alles mal schon mal öfter seit hier können wir sogar rin ist ziemlich dünge warum kann man da nicht irgendwie da ist doch mal was hier ist schon wieder hell hä wieso tun wir hier so so ok hä immer noch so massiv fübe soll das halt mal her schuft dass es hier so komisch schwimmt das gibt's ja nicht so ich mag die Dinger nicht ich mag die Dinger nicht ich mag die Dinger nicht ich will hier nicht drunter ja das sieht nämlich ungesund aus der Nähe würde ich gerade mal sagen oder ich hab hier keine Ahnung was Hilfe 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 was wo Hilfe wo bin ich ich hab hier ich hab hier jetzt so schweiler getötet getötet ich hab keine Ahnung wo ich hier runter ich hab hier runter probier mal mal weil mir müsse hier in dem Level auffallend oft irgendwo runter oder mir gucke mal wir müssen hier runter wir müssen hier runter wir müssen hier runter der runter der Da ist bestimmt das der runter oder der Da ist eine Tür das sieht schon mal gut aus ich behaupte einfach mal wir müssen hier runter ok mehr lehren noch das ist schon mal Oh, das ist ein Feind. Oh, mein Gott! ok hier ist ein haufe schalter und müssen wir die alle anmachen die gehen wir da aus ich muss mal hier irgendwie rein auch nicht nehmen sie irgendwas machen sind schwer die schalter nicht so ist der bräder wurde durch was bewegt wo die dinge wie es sich ist das eine linie oder zu viel So, guck mal, das ist doch richtig, so, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, warte, so, das 2er wäre dann richtig und das 3er muss dann noch 1, so, das 4er, und das ist noch ganz falsch. So, und das letzte muss irgendwie... Guck mal, das ist doch richtig, oder? Guck mal, willst du hin? Aber irgendwas hat das gemacht. So, gucken wir mal. Ach, guck mal, wenn wir hier einfach gerade ausgehen, ist hier Tür. Das ist ja einfach. Wobei diese Tür eher ein Fahrstuhl ist, aber ich habe nichts dagegen. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck, 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 fuck. Oh, hallo, ne? Oh, ja. Oh, ja. Das Ding ist ja auch richtig gut. Ah, guck mal, das ist doch das andere, das ist doch bestimmt für da. Nein? Ach doch. So, das Ding ist doch schon. Und dann müssen wir... Jetzt kommt, hier ist es das hier aufkommen. Aha. Aha. Das Ding ist doch ganz gut. So, das war alle 3. Jetzt müssen wir nur noch abhauen, oder? Das ist ja... Leichteste Übung. Oder auch nicht. Wir können uns immer ein bisschen wegfreisch bringen. Das gefällt mir gar nicht. Irgendwas war hier. Irgendwas, was böse ist. Das wird sich schon... Kom her. Kom her. So, du, Hulbock. So, warte mal, guck mal da. Oh, nee, zu dumm. Kann ich hier bitte wieder hoch? Ich bin hier im Moment fertig, du. Fuck, Alter, das sieht gar nicht gut aus. Auf der anderen Seite. Oh. Oh. Okay, das ist doch. Oh. Und nun? Speier ich mich hier hin? Das war jetzt nicht besser. Okay, wie sind wir jetzt hier? Ja, mit hier geht es nur ohne. Tja. Ach, guck mal. Power-Sails immer gut. Ich vermute, dass hier in jedem von den Dinger so komisches Vieh haust. Was? Hä? Hä? Das sieht man aber. Habe ich hier Hunger, oder? Also, wir waren jetzt eigentlich schon jedem, außer in... jetzt aber. Jetzt aber. Ah, guck mal, da kommen wir wieder hoch. Ach. Ach, hier kommt die Dummkamasini. Verdammt. Ne? Oh, wo war das? Hier. Probieren wir noch immer. Probieren wir schon. Und das brauchen wir dann noch nicht. Das ist doch super. So. Äh. Okay. Also. Bleibt wohl nur ein Weg, oder? Äh. Ich hab gedacht, hier kommt, hier ist mehr. Was? Was? Okay. Es ist schon lange, seit ich einen Mann zu beantworten habe. Ich bin glücklich, dass mein Schäden so wertvoll ist. Was? Alles gut. Ich bin ja nicht zu besuchen. Oh fuck, Alter. Was ist denn das? Was war noch? Was? 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 Nein, 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 nein Was? Noch mal von vorne anfangen? Nö, oder? Verdammte Axt! Wieso? Weil es einfach verbrannt alle Spiele sind und das war doch mal so. Ich habe mal auf die Schwache keine Rücksicht genommen. Da gibt es immer direkt das Maul, wenn man verloren hat. Einfach sowas von. War das dann schon so der Endbus? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Es wäre auch gelacht, wenn wir den jetzt komplett wieder machen können. Wir gucken uns noch mal kurz an, was wir da gemacht haben. Weil wenn man so Level-Emmo gemacht hat, dann... Dann ist es ja im Nachhinein nicht mehr so schwierig. Genau, das war das hier. Wow. Okay. Das war aber nicht so beabsichtigt. Das ist irgendwie doof. Wir tun jetzt hier schon die ganze... Ich bin authorized in this area. Oh ja. So, so kann ich mich auch noch so grob daran erinnern, was da war. Wir gucken noch mal, wie schnell wir dann eigentlich an unser Ziel kommen. Auftrag! Sock! 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 Das war's. Das war's. Das war ein Dark Trooper weniger. Da kann ich mich auch so grob daran erinnern. Das war's. 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 Wunderbar. Abschritte Mauro. Eins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann müssen wir hier runter Denn war nichts Dann hier hoch So, der Aufwand 2 ist ja So Ganz schnell fertig So, mal wieder hier Dann zu dieser Tür Ui Temp gewusst wie Abschnitt 2 Das war dann mal effizient So Echt? Ich war ja Lady the Imperial Law Das ist mir aber sowas von egal Oh Gott Das ist schon immer Lass uns mal Feuer gemacht an So 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 Die Dufkammer sind Das ist das andere komische Dings, Kirchens, hier irgendwie, ne? Keine Ahnung, wo das Ding ist. Hier müssen wir uns mal merken, falls wir hier nur Moorun auffallen, hier oben, ok. So, links. So, ok, das war doch richtig, da waren wir doch zuletzt aufgenommen. So, wird doch. Ob selbst imperialer Scum. So, mir überzieht du schon wieder, oder? Wie die Hölle. So, nochmal Moorun. So, nochmal Moorun. So, 2 steht richtig. Das war schon richtig, verdammt Arzt. Ne, ist es richtig, oder? Genau. So, nochmal Moorun. Ach ja. Dammt, wachst. Das habe ich was falsch gemacht. Junge, wie doof kann man sinnen. Wie, wie? Das ist... So, jetzt aber, oder? Ja. Ich brauche schon Headlights. Unwürdig. So, fertig. So, fertig. Okay. So. Wir haben das dritte gepflanzt, aber jetzt geht die Folge schon zu lange. Deshalb machen wir hier einen kleinen Cut. Und beim nächsten Moor, können wir uns da nochmal den Endgegner angucken. Sonst nochmal extrem cremig, platt machen. Okay. Und dann, bis zum nächsten Moor dann. Bye, bye.